Kapitalismus ist für mich in der Ausprägung der Marktwirtschaft das erfolgreichste Wirtschaftssystem. Muss überwunden werden. Kommunismus ist für mich synonym von Diktatur, menschenverachtende Systeme. Muss neu konstituiert werden. Muss hat eine Analyse der jetzigen Gesellschaft geliefert. Blende in der Analyse des Kapitalismus im ersten Kapitel seines Buches das Kapital. Leider seine Schüler haben das Gegenteil gemacht und führte zu furchtbarem Desaster. Eine Krise, ein Desaster für den Großteil der Menschheit. Krise, die haben wir leider, muss bewältigt werden. Kärnten, 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 Kärnten. Ja, muss neu erfunden werden. Kapfenberg, meine Heimatstadt. Eine Stadt des Stahls, die jetzt in den letzten 20 Jahren wieder aufgeblüht ist. Zu viele. Ich hätte mich vielleicht stärker noch politischer engagieren sollen. Optimistischer Fatalismus. Ich habe einen Grundsatz, ich bin auf dieser Welt und jetzt mache ich das Beste draus.